Dieses Mario-Spiel wurde gebannt, weil es Schimpfwörter beinhaltet hat. Am 13. Juli 2007 wurde dieses mysteriöse Spiel von Nintendo in Großbritannien zurückgezogen. Nintendo meinte, dass das Spiel einfach nur eine falsche Version der Disc hatte. Aber das war einfach nur eine blöde Ausrede. In Mario Party 8 auf dem Shy Guy Perplex Express gibt es einen alten magischen Koopa. Und genau der benutzt ein englisches Schimpfwort. Er sagt nämlich, turn the train spastic, was auf Deutsch so viel wie verkrampfe den Zug bedeutet.